Herzlich Willkommen hier im Koloff-Tower in Berlin. Das Dach geht eigentlich aus einer typologischen Studie des Ortes hervor. Das sieht man bei Projekten, die auf dem Land bauen, da ist dann das Einfamilienhaus wieder referiert auf die Scheune. Also ich verbinde mit dem Thema Steildach eigentlich als erstes das Thema Schutz. Das zweite ist für mich sicherlich auch das Thema Behaglichkeit und in gewisser Weise auch eine Regionalität in dem Sinne, dass ein Haus auch in eine landschaftliche Perspektive hineinpassen muss. Das zweite ist für mich sicherlich. Das zweite ist für mich sicherlich.